Hallo zusammen und willkommen zurück zu einem neuen Video auf Langophilia. In diesem Video möchte ich euch die Bedeutung der Flagge Albaniens und der Flagge des Kosovos erklären. Fangen wir gleich mit der Flagge Albaniens an. Die Flagge Albaniens ist schlecht gehalten. Wir haben einen roten Hintergrund mit einem schwarzen Doppelkopfadler. Diese Flagge existiert in dieser Form seit der Unabhängigkeit Albaniens im Jahre 1912. Deswegen ist sie auch dementsprechend älter als die Flagge des Kosovos. Die ziemlich neu ist. Dieser Doppelkopfadler hat bei den Albanern eine sehr besondere Bedeutung. Wie ihr vielleicht wisst, machen Albani oft dieses Symbol, was diesen Doppelkopfadler symbolisieren soll, mit seinen Federn. Und auch die Federn haben eine ganz besondere Bedeutung, beziehungsweise die Anzahl der Federn. Dieser Doppelkopfadler hat eine lange Tradition. Er ist auch im Heiligen Römischen Reich oder im Byzantinischen Reich bekannt gewesen. Und zwar basiert diese Flagge Albaniens mit diesem Doppelkopfadler auf einem Wappen von Gersh Kastrioti, beziehungsweise Skönerbeo, der Nationalheld Albaniens, der gegen die Osmanen gekämpft hat. Um Skönerbeo und seine Taten, seine Kämpfe gegen die Osmanen zu würdigen, wurden diesem Doppelkopfadler 25 Federn verpasst. Diese 25 Federn stehen für die 25 Schlachten, die Skönerbeo ausgetragen hat, in 25 Jahren, die er gekämpft hat. Und viele dieser Schlachten, beziehungsweise wenn nicht sogar alle, ich bin mir nicht sicher, aber ein Großteil der Schlachten hat er gewonnen. Obwohl er am meisten sogar unterlegen war. Dieser Doppelkopfadler, den gab es in verschiedenen Formen, von 1912 bis heute. Zum Beispiel auch während des Königreichs Albaniens oder auch im kommunistischen Albanien. Ich werde die Flaggen hier versuchen einzublenden, damit ihr sie sehen könnt. So hat sich die Flagge hin und wieder ein bisschen verändert, aber der Grundton der Flagge, der rote Hintergrund und der schwarze Doppelkopfadler, die sind immer dabei geblieben. Die sind immer gleich geblieben. Auch die albanische Bevölkerung im damaligen Jugoslawien hatte eine solche Flagge, im sozialistischen Jugoslawien. Die hatten auch einen Doppelkopfadler und einen roten Hintergrund. Und eine ähnliche Flagge gab es auch noch im Kosovo von, ja nicht, von Ibrahim Rogowa. Das war der damalige Präsident des Kosovos in Jugoslawien. Aber er hatte eine ähnliche Flagge, die er vorgeschlagen hatte, für die Unabhängigkeit des Kosovos, beziehungsweise Dardania. Aber das konnte natürlich nicht durchgesetzt werden, weil man brauchte einen Kompromiss, eine Art Kompromiss zwischen Serben und Kosovaren, beziehungsweise Europäern. Weil die Flagge des Kosovos ist praktisch eine Art optimistische Aussicht auf eine Teilnahme an der Europäischen Union. Das sieht man schon an den Farben der Flagge des Kosovos. Die sind nämlich gelb, gold und blau hauptsächlich. Die Flagge des Kosovos existiert in dieser Form seit der Unabhängigkeitserklärung am 17. Februar 2008. Seitdem hat der Kosovo diese Flagge. Und an den Farben erkennt man, wie bereits schon erwähnt, dass es eben eine europäische westliche Richtung annimmt. Blau, gelb, beziehungsweise gold, das sind auch die Farben der Europäischen Union, wo der Kosovo natürlich irgendwann teilhaben möchte. Aber das wird wahrscheinlich noch dauern. Jedenfalls hat man deswegen eine solche Flagge gewählt. Man konnte nicht eine Flagge mit einem Doppelkopfadler wählen. Das wäre wahrscheinlich nicht möglich gewesen, auch wenn es das Vorhaben des ehemaligen Präsidenten Rugova war. Aber wie dem auch sei, jetzt haben wir eine andere Flagge, die ich persönlich auch schön finde. Viele finden die Flagge nicht schön, was ich auch verstehen kann teilweise. Aber ich finde sie trotzdem schön. Und es wird wahrscheinlich noch dauern, bis der Kosovo vielleicht irgendwann mal mit Albanien sich zusammenschließen kann. Wenn das überhaupt passieren wird. Das wird wahrscheinlich lange dauern. Jedenfalls haben wir jetzt diese Flagge, mit der wir uns zufriedenstellen sollten. Ich finde sie auch schön. Auf der Flagge sind auch sechs Sterne zu sehen. Die stehen für die Hauptethnien des Kosovos. Diese Hauptethnien sind die Albaner, die Serben, die Bosniaken, die Roma, die Türken und die Gorani. Die Albaner machen dabei die Mehrheit aus. Es gibt im Kosovo um die 92% Albaner. Es gibt dazu noch 5% Serben ungefähr. Und die restlichen, was haben wir da, 3-4%. Das machen die anderen Minderheiten aus. Also Bosniaken, Bosniaken, Roma, Aschkali, Türken, Gorani und so weiter. Ja, und das war auch schon alles. Ich hoffe, euch hat dieses kurze Video gefallen. Lasst doch ein Like da oder schreibt einen Kommentar. Abonniert meinen Kanal für weitere Videos zur Albanischen Sprache, zu Albanien, Kosovo und so weiter. Es würde mich sehr freuen und wir sehen uns beim nächsten Mal auf Lango Filia.